So, dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Ich bin der Zubrauk, mit dabei ist der Joe und die Schlumpflinge. Moin. Tja. Ja, Klebeband, das haben wir wieder nicht. Nee, ich bin auch gerade für die Tau-Sammler im Basteln. Tau-Sammler, auch hier, warte. Tau-Sammler, da haben wir sie doch. Mach mal zwei Stück, so. Äh, wie viel brauchst du? Ich hab vier Klebeband, hab ich hier in der Tasche. Reicht dir nicht, ne? Nee, äh, ich brauch auch noch ein paar Bücher wegen Kleidung herstellen. Oh. Was hab ich denn für'n Helm auf? Genau, Natsumi. Erst geröstet, dann transgiert. Richtig. Na ja, gut. So sind wir halt. Wie lange brauchst du denn so'n Tau-Sammler? 14 Sekunden noch. Ach, wunderschönen guten Morgen, du. Da ist ja wieder Zeit für, ne? Pünktlich aufstehen. Ja. So, ich werd mal die Dinger hier hinbauen. Tau-Sammler. Na komm mal her, zack. Mehr Platz. Wir machen das mal auf. Komm mal her. Zub. Und. Endern. Zub, so. Vierer zwei, okay. Siehst du, haben jetzt zwei mehr. Ich hab schon mal was. Das find ich genauso. Was wollt' ich jetzt nachgucken? Genau, ähm. Uns fehlt zu allem Klebeband. Schrupfen in den Geschützturm. Ach, das läuft unten. Ja. Das zweite Geschützturm läuft gerade. Da ist er. Der ist fertig. Ich werd mal die, ähm... Warte mal, ich muss mal was mitnehmen. Was machen wir heute eigentlich? Wir müssen eigentlich unsere Bude weiter ausbauen, ne? Äh, wir müssen gucken, dass wir länger werden nach hinten raus am Tunnel, ja? Am, am, am Catwalk. Ja, ich finde auch, das müssen wir mal machen. Ah. Ähm. Und dann müssten, dann müssten noch die, die, die Eisenstachen, Eisenstachen fallen, wieder in den Tunnel rein, in den Graben gesetzt werden. Ja. Ja. 53 Stück oder so hab' ich gemacht. Die sind im, im Apparat noch drin. Gut. Nein, ich will sie nicht ausrüsten. Ich weiß nicht, ob die 53 reichen, dann Stacheldraht. Stacheldraht, glaub' ich, ist auch sehr mau. Müsste, glaub' ich, auch mindestens noch mal so 50 Stück gemacht werden. Ja. Ja. Ja, das, das läuft, ne? Warte mal auf. Äh, Stacheldraht läuft... Läuft Stacheldraht? Läuft Stacheldraht? Läuft Stacheldraht? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, 76 Stacheldraht laufen hier durch, laufen auch 8, 4 und ein paar zerhackte Eisenstacheln laufen hier noch durch. Dann, Munition läuft hier noch durch. Ja, dann pass auf, dann würde ich mir jetzt auch ein bisschen, ein bisschen Dingels mitnehmen. Dingels? Ähm, ein bisschen, ähm, Benzin, Wortfindungsstörung hier, ich kann hier mehr ecken. Boah, boah hab' ich mit, ähm. Genau, und dann würde ich nämlich sagen, machen wir uns eben einen Fettig da vorne, oder? Ja, vorne ein bisschen abbauen, ne? Ja, richtig, verlängern halt auch, gell? So, Moped kann ich erstmal eine Kiste packen, da brauche ich nicht. Danny, da hast du recht. Für alles mögliche ist bei euch, Klebewand unabdingbar. Ja. Wie in meinem Lehrberuf, Elektriker. Ja, stimmt. Elektriker, die kleben auch alles zusammen. Aber es ist nur kalt oder heiß, verschweißt es. Egal. So, ähm, Benzin. Pass mal auf, ne, Benzin mal hier. Quatsch, wo war der Benzin? Okay, und ich guck mal, dass ich ein bisschen Fett und so zusammenkriege. Ja. Habe ich mal wegen Benzin. Das nehm ich noch mit. So was, guck ich mal, ob ich irgendwas finde. Das hab ich mir auch. Ich muss wieder nach oben, ich krieg mir, ich lauf hier noch, also, weißt du was? Bringst du dann auch Sachen zum Aufwerten sofort? Ja, ich bin, ja, ja, ich bin dabei. 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 Lass dir Zeit, aber beeil dich ein bisschen. Ja, ich weiß. Ich bin dabei. Den lass ich aber auch mit der Tasche in, ne? So. Bin ich doch mal bei Tierchen oder so? Ich muss mal den überflüssigen Kram loswerden hier. Jetzt bin ich am runterrennen und hab schon gleich Hunger. Ich kenn mich. Ach, siehst du, da war was. Klebewand. Du bescheuert bist, hab ich dich gefragt. Jetzt haben wir drei Tausammler mehr. Oder zwei. Den einen kaputten, den haben wir wieder ersetzt. Und dann sind zwei neue. Jetzt fehlt natürlich noch ein bisschen Klebewand für, wir haben noch drei, drei Filter haben wir mehr. Noch drei? Wir haben noch drei Wasserfilter mehr, die ich noch gerne verbauen könnte, aber mir fehlt Klebewand. Ja. Warte mal, wie brauch ich für einen? Ja, was heißt echt? Ganz herbe Mangelware, ne? Ja. Ganz furchtbar. Vier Klebewand brauche ich dafür. Was haben wir hier? Vier, vier, acht. Ich könnte noch zwei mehr bauen. Ja, dann mach das doch. Komm. Ich lass mir die ablenken. Nein. Nein. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht dran zu denken, nicht. So. Was war das jetzt? Äh, ein Tausammler. Wo sind wir jetzt hier? Da. Machen wir noch irgendwelche Teile? Ähm. Wie, was Teile meinst du? Für Maschinengewehrteile bräuchten wir noch. Wenn du schon so fragst. Wegen Plastik und sowas meine ich jetzt. Achso, ja. Plastik haben wir 1000. Ja, Plastik haben wir im Moment genug. Das ist jetzt nicht das, was uns richtig drückt. Wasser bräuchten wir, wie Ehre, ne? Wasser ist das Problem, ja. So. Ähm. Version. So. So. Hau die mal an. Was fehlt mir noch? 4, 4. Ach, warte. So. So. Oh, ne. Da. Das raus. Oh, das Bäumchen hat sich überschlagen. So. Das müssen die noch gebaut werden. So. Wie sieht's eigentlich aus mit mechanische Teile, elektrische Teile? Braucht er da noch was? Oh, da haben wir. Da. Da bereichlich. Okay. Reichlich, reichlich. Du weißt ja, ne? Können nie genug sein. Hier nehmen wir noch alles mit. So ist es. Ach komm schon. Ja, ist harter Kram, ne? Oh ja. Ist nicht mal so eben. So. Bis hier hin müssen wir raus. Das ist ein ganzes Ende. Ja, ich glaube so weit, ja? Ja, wir haben drei Teile raus. Genau. Und dann müssen wir da vorne nochmal ein bisschen Platz machen für, ähm, nochmal ne Klingenfalle. Dafür muss der eine aber raus. Der eine Stein muss raus und wir hier so eine Skischarte hinkriegen. Ja. Ist jemand zu Hause? Läuft da irgendwo was? Ja, da hinten ist Justice und, äh... Da ist er auch. Siehste? Ja. Warte mal, kann ich den hier dazwischen bauen? Wir müssen jetzt hier, da. Halt! Da passt sie hin. Cool. Bester Kram. Hallo? Na guck, noch ein Griechlein. Warum ist das hier so versetzt? Das ist, komm mal bei. Ab weg damit. Ach, der ist verkehrt. Na gut, das macht er nichts. Mach mal mit. Ach, jetzt fällt sie hier auch noch weg. Ich glaub's ehrlich. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. So, komm mal hier. Nehmen wir auch mal mit. Genau, Daniel Ducktape auch aus. Seit 100 Jahren aus einem Hilfe, Hilfe, ein Mumpf, Mumpf. Ha, 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 ha. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Was? Habe ich das so schief gebaut hier? Was ist das aber ehrlich? Jetzt ohne Scheiß? Na gut, ich meine, funktioniert ja. Genau war das jetzt nicht. So, hier passt es. Hier muss noch eine Shisha rein. Mal gucken, wo ich jetzt... Wenn man so war, ist das nicht geplant. So. Ausgesehen hier. Wo waren die Teile? da sind sie es gibt sie immer noch wie rum denn wo ist er denn so die beiden die beiden auch ja jetzt müssen wir gucken das ist jetzt 12 bist du sicher da oben ja wie gesagt drei raus muss ja auch ja 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 muss ja genau eine seite muss noch auf werden so war guck mal welchen ach da so dass die schichte denn brauchen wir die drei der muss ja da muss unser laufe ja auch bis dahin führen das nützt dann mal nix und die kann man ja nur daran bauen ja das kann man hier noch hin bauen das nächstes problem der holz mehr ich glaube ich auch nicht muss auch holz kloppen gehen weil ich keine kisten habe sonst jetzt mal auch gleich mit auch noch irgendwo was Sieht nicht aus. Hier waren wir. So, Baumfeld. Hier haben wir glaube ich auch drin. Da brauchen wir dann nicht mehr. Oh, trotzdem mal hier hoch. Ne, ist okay. Ja, die beiden Tausenden, dann muss ich mir meinen stellen. Ja. Die Außendauer fehlt. So, warte mal. Warte mal. 600. So, wo brauchst du noch die Big Hitters Bücher? Die was? Für Keule, die Big Hitters. Ja. Ja, ja, die brauch ich noch. Jojo, da können wir jetzt mal eine bessere Keule bauen. Weil ich kann nur die Zweier im Moment. Nicht mal ein Dreier, oder? Die Zweier. Kann ich schon die Dreier? Weiß ich jetzt gar nicht. Schnell gucken. Knüppel. Ne, die Zweier. Okay. Wollte ich wohl sagen, hattest du uns doch ein Zweier gemacht, ne? Ja. Da fehlt uns noch vier Büchlein für Nummer drei. Warte mal. Du siehst, die Wolle. Die war drin, oder? Gucken wir mal, ob hier Besuch ist. Oh, guck, jemand da? Den noch, der ist warte. Wenn wir die Tausaal aber hinstellen, damit wir Wasser haben, hier. Scheint nur leer zu sein. So. Jetzt kann ich ihn so mal am Laufen. Oh. Jetzt kommt ihn hier. So, der muss hier nach Stilloom raus und so weiter. Oh Gott, lass mal die Tausern mal hinstellen, das nimmt sein nix. Die stelle ich mal um die Ecke. So, ein Maschinengewehrteil, guck an. Wann mal, komm schon. So. Hab ich das auch? Oh, Rüstungsschwach, die muss aber erst mal reparieren gehen, ne? Bevor ich hier weitermache. Niemand nützt ja nix. So. Hm. Nützt hier mal nix. Na. Eigentlich nicht. Ja, Nitrat, okay. Ich dachte, da steht einer. So, voll verjagt hat er sich. Drei. Ja, wir haben einen Hintereingang. Drei. Passend nicht mehr. Willkommen, Freunde. Ihr kriegt hier aufs Maul. Ganz gratis. Ich muss schon mal nix. Ich muss schon mal nix. Ich muss noch mal nix. Oh ne, klopft mal hier vorne auf. Hopp. Genau. So. Mach'n wir da. Runterfallen. Na gut. Da sind wir gut drin. So. Alles Beton. So. Jetzt kann ich die letzten beiden hier noch hinlegen. Da rein hin. Da rein hin. Die kriegen so einen geflasht hier. Hahaha. Durch Angst klingen müssen sie durch. Ups. Ich muss mal die Preise für diese Soundnider jetzt mal erhöhen. Ach. Die sind zu billig. So. Pass mal auf. Na. Sie kommt. Sie kommt. Ich hab sie gehört. Wen? Ein Elfe? Ja. Ich hab sie gehört. Die ist bestimmt auf deiner Seite. Ich hab sie doch gehört. Die hat garantiert das Kleingeld zu Hause gelassen. Die ist nochmal kurz nach Hause. Die kommt gleich. Sekunde, Sekunde. Warte, warte, warte. Die geht gleich los. So. Damit die auch immer schön hier rauflatschen können. Sau stabil, das Teil. Sau stabil, das Teil. Da mal eben hoch. Ja, ne. Das hat er schon. Also das finde ich aber auch. So warte mal, wo ist mein Bohrer? Da heißt es hier, ich helfe nicht und so. Nein, ach, warte mal auf, bitte. Präparier mal. Wo bist du denn? Ach, das hier. Ja. Siehst du. Hier nochmal. Ja, großartig. Das ist doch, also ne. Hier können sie reinlatschen und was kaputt machen. Warte mal, aber ich muss draußen rum noch was bauen, ne. Das muss noch fertig. Was muss ich hier denn noch? So, wie machen wir das denn am besten dicht? Das muss ja komplett dicht. Immer lieber die Kartoffelchen mit. Brauchen wir noch. Oh, ich bin hier. Die müssen eigentlich unten komplett dicht. Bis. Dahin. Richtig. Die müssen da noch hoch und dann muss die Platte vor. Da kommt mal, geht da vor. Genau so machen wir es. Ja. Oder? Ja, ne. So. Oh, das ist herrlich, wie der frische Beton in der Sonne glänzt, ne. Ist das nicht schön? Ach, wie herrlich. Jo, du sagst gar nichts. Ja, ich bin gerade konzentriert. Ach so, ja, gut. Ganz viel mehr konzentriert, ne. So, hast du jetzt alles zum Anziehen? Äh, ja, Zoba hat mich eingekleidet. Gut. Ja, kannst du nicht allein, deswegen haben wir... Dann zerlege ich das mal und dann bring ich das Büchlein mit. Jetzt friert aber ich es nicht mehr, wenn wir mal warm haben. Ja, eben. Ja, dann müssen sie eigentlich noch die Treppen ran, ne. Ja, die beiden Ecken hier, ne. So wie hier auch. Ja. Ja. Dass die um die Ecke gleich laufen können. Hast du noch Baukisten? Ich hab nur noch eine. Warte mal, komm mal her. Komm mal her. Du kriegst die Hälfte ab. Danke. Ich baue mal kurz die Ecke. Ähm. Warte mal. Hier musst du aber noch auf, aufwerten hier oben, ne. Hast du schon wieder gefuscht? Wenn wir nur halber arbeiten, ja. Mann, 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 Mann. Wir müssen hier noch ein Geländer ran haben, sonst fahren die da noch runter. Wo war, wo ist der Bus gefuscht? Ja, hier. Guck mal hier außen. Grober Furcht. Ganz groben auf. Da ist gar nix. Das alles. Hör doch mal auf. Hör doch mal auf. Hör doch mal auf, du. Hör doch mal hier. Die Pöller nicht aufgewertet. Die hier, die musst du auch noch für die machen. Bitte, danke. Ich habe keine Steine mehr. Steine? Normal? Ach so. Knieselsteine. Die habe ich auch nicht mehr. Ne, die haben wir drinnen. Ich bin aber jetzt gerade mal am überlegen. Ja? Zwei, vier, sechs, acht, hundertsechzig Watt. Nur die Klingen. Da macht ja nix. Da hängt der Stroh noch mit dran. Ich bin gespannt, dass das mit läuft. Na gut, erstmal kicken. So, wir müssen aber aufpassen, wenn wir da im Gang grob rumlaufen. Ne? Nicht, dass da plötzlich jemand, ein Zombie reinkommt, dann laufen die los. Dann bist du geschnetzeltes. Genauso geschieht. Stimmt denn der Dingens noch? Der Dingens? Der Trägerpunkt von der Kamera? Der stimmt noch, der hat sich ja nicht geändert. Das geht ja in den Raum rein. Ich weiß nicht, wann der anfängt. Aber der müsste normaler, jetzt wird es ja bloß verlängert, aber das müsste das gleiche sein. Sobald die oben, äh, Treppenaufsatz, hier, Absatzreppen rankommen, dann ist hier, ne? Alles, äh, ne? Weiß Bescheid. Okay. So. 700. Nehmen wir nochmal mit. Beton habe ich mit. Habe ich noch. Den nehme ich auch noch mit. So. Jetzt snappte. Mach mal. Bitteschön. Ja, hier läuft Munition durch. Schön. Ich hab nochmal, ich hab nochmal, ähm, sag schnell. Die kleine, ne? Neun Millimeter. Mhm. Da hab ich noch mal ein paar Handvoll gemacht und, äh, den Rest dann hier in, sie Millimeter, So, dass man sich mal den Weg hoch. Was war vielleicht auch mit Levin, sollten sehe ich gerade. Gut isoliert. Ah. Wenn wir dann ständig durch den Schnee fahren und dann in die Wüste, dann frieren wir auch nicht mehr so und so. Genau, weil wir, wir machen jetzt ja auch mehr, ähm, auf jeden Fall Schnee, Schnee, Schneegebiet haben wir auf jeden Fall. Da müssen wir durch irgendwie. Ah. Aber wir müssen ja immer da durch. Ja. Das ist leider das. Wo ist denn Strom hier? Guck mal, wo Strom hier ist. Aha. Ach, da, da kommt Strom, ja. Ja. Siehste wohl. Ja, das wird auch noch spaßig auf die andere Seite Strom zu kriegen. Gut. Weiter. Vielleicht da nochmal eine Tür, noch nochmal die Tür auf der anderen Seite rausbauen. Benutzen mal. Benutzen. 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 Das brauche ich aber nicht, wir brauchen Fett. Seht hoch noch. Den nehme ich auch mit auf alle Fälle. Der ist im Moment noch ganz wichtig. So. Hier komme ich wunderbar in den Strom ran. Beste Kram. Dann können wir das noch verbinden für die andere Seite. Nicht Joe? Läuft. Ja. Ne? Also. Wie geschnitten Brot. Wir können, ab und zu können wir Sachen. Ja. Klar. Sicher. Wenn keiner hinguckt, kriegen wir den. Natürlich. Ja, ne? So. Das geht hier gar nicht. Das geht hier gar nicht. Mist. Wie mache ich das denn? Ja, da muss die zwei breit werden. Da spielt auch keine Rolex. Komm, egal. Das spielt ja keine Rolle. Der passt da nicht hin, weil das passt, das passt, das passt. Ich baue nochmal einen Flachen dahin. So. Warte mal, wie waren die Ecken noch? Nein! Ach, du bist so ein Dursel! So. Die hier, ne? Na gut, gehen wir erstmal aus. Ich lerne schnell. So. Auch rein hier. Und so rum. Siehst du, dann kann es nichts passieren. Kann keiner runterfallen. Alles können wir sehen. Wunderbar. Ach, Zoho, du bist ein Held. Hier muss doch der Geschützung hin, Mensch. Bist du da nicht zufrieden mit? Ja, wolltest du Geschützung da hinstellen, oder nicht? Ja, ja. Wollte ich eigentlich, ne? Wollte ich eigentlich. Ja, da hab ich schon mal Platz gemacht. Ey, du bist der Beste, weißt du. Ja. Manchmal keine Arbeit. So. Schade, dass man hier kein Ding jetzt zum rumbauen darf jetzt mehr, ne? So großartig. Ich mein, so ginge wieder. Ja, aber es hilft nicht, ne? Nee. Ich hätte ihn da ein bisschen an einer Seite hätte ich gern was gehabt, aber... Aber auf jeden Fall, obendrauf wär ganz cool. Wenn wir obendrauf noch was hätten, das wär ganz lustig. Wie meinst du das? Ein Deckel drauf. Einfach nur ne Platte oder irgendwas oben drauf. Ja, 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 ja. Falls ein Vogel kommt, oder was. Das Risiko ist immer da, dass das weggerotzt wird, ne? Also, sobald der Vogel da nicht ran kann, ist alles gut. Hier kannst du auf jeden Fall nicht runterfallen. Das ist großartig. Die Zombies kommen hier auch nicht hin. So messy? Ja, wir müssen irgendwas oben drauf bauen. Damit die Zombies hier, dass die von da aus nicht hier rüber springen können. Die dürfen von der Treppe aus nicht hier rüber springen. Ja, das stimmt. Da mischen wir hier irgendwas. Da muss, da muss der Ganze, das Ganze muss hier zwei hoch werden. Steinchen? Äh... Aber ich wollte nur nicht dicht an der Ecke ran. Ne Eisenklappe hin. Oben drauf ne Eisenklappe. Ja, das könnte man machen. Aber ich hab gesagt, wir spielen da nicht eine große Rolle. Das kann doch ganz normale Steinplatte dran oben drauf gelegt. Das macht das, das ist egal. Es geht ja eigentlich nur darum, dass da oben kein Vogel reinrotzt. Das ist das alles. Dahinter, das hier, genau. Jo, richtig. So dicht machen. Und dann noch ne Reihe daneben fertig ist, ich glaube. Ja, da oben noch einen rein. Geht das? Hier in der Mitte, ober dem, über den Pfütz noch einen rein. Passt da noch einer? Du kriegst einen rein. Ja, siehst du. Optimal. Optibest. Sie ist da. Ich will sie. Wo ist sie? Ja, ich weiß nicht. Ja, da ist sie doch. Da ist sie. Ja, du hast geschrien, ich weiß. Lass mal in die Mitte gehen, hinten. Ja. Ach komm, der kommt auch schon da. Ja, du ernstest nicht. Die Hälfte läuft nicht. Wo sind sie denn? Kommen sie, oder was? Ja, ja. Ja, siehst du. Guck mal hier. Lässt ihr die Teile in Ruhe da oben, oder was ist los? So. War es das? Ja. Es waren drei oder vier wandert. Da muss wieder Strom ran, da vorne. Ach, der kommt der nächste. Was ist denn hier los? Äh, da ist noch einer. Ja. Ja, sieh. Ah, hier. Kommen wir ran. Wo soll er denn boxen hier? Das ist ja nicht zu fassen. Ja, fehlt dir doch noch ein Gitter, oder was? Über der Schi-Schisade, ne? Soll ich darüber noch ein Gitter machen? Äh. Ach nee, warte mal. Ne, da kommt ja eine Wand vor. Ne, da kommst du eh nicht hin. Ne, ich spiel keine Rolex. Ist egal. Ne, passt eh nicht. Egal. 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 So, warte mal. Jetzt muss ich jetzt mal gucken. Ich brauche eine Wand. So. Fertig? Ne. Ich habe was Dünnes hier. Blechmütig. Naja, ich brauche eine Wand. Ne, von hinten. Dass das Geschütz von... Dass das Geschütz von... Dass das Geschütz von... Ähm. Dass das Geschütz von von hinten... Sicher ist. Ähm. Hier muss eigentlich oben drauf... Muss noch irgendwas. Wir müssen hier ein Dach drauf... Wir sind hier... Also wenn... Wenn Horde ist ein Maler... Sind wir hier gar nicht. Jetzt kann ich hier auch nicht her, ne? Da ist alles voll. Weil oben ist ja frei. Da muss ja alles... Luft sozusagen. So. Warte mal. Ich mach mal hier... Ich mach mal hier die Wand. Die Wand. Was hatte ich denn da? Plattenverkleidung. Platte mit die Platte. Da. Da ist doch schon was. Das ist cool. Das will ich haben. Nein. Das will ich gerne von der anderen Seite haben. So. 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 Richtig, 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 richtig. So. So. Los geht's. Ja. Ja. So. 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 nochmal die Blöcke drauf. Standard. Noch eine. Noch eine. Mal einen mehr. So. Das ist auch dich. Dann kommen sie nicht ran, ne? Oder? Die müssten eigentlich nicht rankommen. Guck, guck. Guck, guck. Ja. Das Schlimme ist ja, ich muss mit dem Kabel irgendwie auf die andere Seite rüber. Ah, da weiß ich noch gar nicht wie. Komm. Komm auf. Ich muss die irgendwie oben rüber bauen. Das wird aber lustig. Naja, gut. Das muss nochmal weg hier. Das ist mir an so'n kleinen Kasten. Ja. Weil jetzt ist es schwierig, weil die... Weil die Gitter da jetzt sind. Jemand hier? Ja. Genau. Ach, die Folge ist wieder durch. Da sagen wir nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.